Einen feuchtfröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einer Runde Jump League heute mal alleine Killerbrune ja, der ist heute mal nicht dabei ist selten, ist aber so bis jetzt kam glaube ich noch nie eine Folge so Jump League alleine, ne ich glaube nicht aber heute habe ich mich dazu entschlossen mal alleine aufzunehmen eine Runde ich will auch gleich nochmal eine Runde Fläche alleine aufnehmen, also konnte euch jetzt mal drauf gefasst werden dass da ein paar Videos mal alleine von mir kommen, nur von mir weil ich im Moment ein bisschen heiß bin auf aufnehmen, muss ich ehrlich sagen aber die anderen können ja nie nie können sie nie können sie und gerade heute ist Killerbrune nicht dabei und dann gehe ich hier so oh Alter, Null Jump Fades sag ich da nur nein, kann man natürlich nicht wirklich gut also kann man auch nicht sagen, dass das gut ist weil wir sind ja noch nicht weit gekommen, sag ich mal ist ja noch gar nichts ja siehst du, da ist ja der Erste da ist der Erste ne, da ist auch das Eis gebrochen dann bist du nicht mehr so aufgeregt, weil du bist ja ganz auf fuck man ist ja ganz aufgeregt wenn man Jump Fades machen will und dann fuckert man sowieso das hab ich öfters das hab ich öfters meine Lieben, Freunde oh geschafft und gepackt easy easy und what was ist das denn what scheiße, Alter das war so schlecht es war so schlecht meine Lieben, Freunde Alter, das gibt's nicht was ist denn jetzt los gerade okay, nochmal so, jetzt mal Konzentration bam und jetzt Alter es ist unmöglich hallo, stopp was ist denn hier los wieso bleib ich nicht hängen das ist doch kein schweres Modul das ist ein leichtes Modul also ich bitte dich ein bisschen später abspringen hier mal wie, wie konnte ich dir nebenfehlen hallo ich kann mir das jemand mal verraten das kann ja nicht sein das ist so ein einfacher Dreiersprung hier die ganze Zeit das ist keine Schwierigkeit dabei ich glaube das Modul kenne ich und das ist nicht Mittel wenn es das ist, was ich denke hä, irgendwie fühle ich mich so langsam so ultra langsam ich verstehe es nicht egal vielleicht bin ich aber ich habe ja in letzter Zeit nicht so viel Flech gefühlt deswegen verstehe ich das nicht verdammte Scheiße oh 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 shit, Alter ebba ja great steinschwert, schon mal gut ja, das ist das Modul, Alter das ist echt nicht einfach obwohl da habe ich einfach den Trick nicht so genutzt deswegen war das um einiges schwieriger, als ich das gemacht habe ja Alter, da bin ich echt froh, dass ich da weiter bin weil da wird wahrscheinlich andere ein bisschen hängen hoffe ich mal ich weiß nicht vielleicht kennt ihr auch den Trick, den ich gerade gemacht habe also das ist eigentlich kein Trick das ist eigentlich das müsste eigentlich jeder kennen fuck okay, jetzt nochmal Konstruktion Alter, schlecht, Alter so schlecht es gibt ja die Nice Legs ja, genau bestimmt Legs ich habe kein bisschen Legs oh, Alter gepackt ich hätte gedacht die sind mir runtergefallen ja, Alter stark ganz viel drei ein hoch die sind oh, Alter da hätte ich gedacht ich hätte fallen runter scheiße nicht schlecht nicht schlecht okay vier Minuten wir sind ganz gut in der Zeit könnten wir sogar vielleicht schaffen fuck ist das hart oh, nee jung, jung, jung und geschafft geschafft oh, pack, packt oh krass nein Alter ist das ecker auf den Führersprung oh lol wieso habe ich den da direkt gepackt und bei Adventure brauche ich da 20 Jahre alter Junge was ist das für ein ekelhaftes übertreibt doch nicht oh Junge oh hä genau oh oh ja ja alter Junge war das ein ekelhaftes what what alter wäre ich da runtergefallen ich hätte es nie wieder nochmal gemacht lol das war ja unglaublich hart oh ich habe gar keine Musik an shit shit Olaf habe ich euch glaube ich ganz gut unterhalten deswegen ist es nicht ganz so schlimm glaube ich oder soll ich jetzt die Musik auch anmachen ja geil Eisenbrust Platte wie geil ist das denn ja warte ah wenn ich jetzt feile dann mache ich die Musik an alle lieben Freunde könnt ihr ein bisschen Musik hören oder wenn ich es jetzt schaffe oh geil alter geil 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 schnell 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 Musik 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 zack da ist sie da ist sie die Musik so weiter können wir springen ich habe sie schon vermisst ich habe mich schon gefragt hä was fehlt denn hier hier ist doch irgendwie so leise das weiß ich warum also das Modul ist auch meiner Meinung nach ziemlich ekelhaft na wäre ich mal lieber vorher drauf gesprungen also das mag ich auch gar nicht leiden also ich hoffe also die Truhe kriege ich auf jeden Fall noch das ist ganz gut ja sind wir drauf sehr gut wirklich gute Sachen eigentlich dabei na gut ist jetzt nicht schlimm hab ich gerade eben gesagt da sind gute Sachen dabei what the fuck da war ich aber ein bisschen brainerfk das war keine Ironie das meine ich in dem Moment ernst aber ich war ein bisschen brainerfk scheinbar da war ja nur ein verzaubertes Buch drin ja alter was geht denn jetzt ab bei mir gerade gerade bin ich richtig gut drauf lol Modul 10 eine Minute 17 für Modul 10 das schaffe ich das schaffe ich muss mich nur konzentrieren die Kiste kriege ich auf jeden Fall noch ich weiß noch nicht ob ich bis zum Ende schaffe das schaffe doch das schaffe ich hä nein nein schade alter shit 50 Sekunden komm komm ja 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 oh nur scheiße what shit alter ne jetzt hab ich's nicht ich hab's nicht geschafft alter und dann ist in der letzten Truhe noch nur Kacke das ist so ärgerlich ich hab jetzt was gemacht oder schab ich's vielleicht ne das war's das war's mein Lieben vorne jetzt kann ich mich ausrüsten ja doch ich hab wenigstens Goldboots okay ich dachte ich hätte noch nicht was Goldboots so ne jetzt hab ich zwei Level vielleicht kann ich da irgendwo was verzaubern das wär halt ganz nice glaub ich shit ich wusste es ich wusste es ich versuche ihn zu wecken alter so dumm schlecht alter junge junge da wurde ich von hinten angegriffen deswegen aber ist egal ich krieg ich immer trotzdem noch hin verzauberungstisch wär übel nice welch find ich einen ich will auch keine Person hier was los hallo kommt raus meine Lieben kommt raus ich finde euch da ist doch einer da war doch einer ich hab doch einen Namen gesehen ah ja ich hab ja auch einen Kompass dabei am Stüsseldüsseldi da ist einer da ist einer den hol ich mir der ganze ist gut das war eben der Angler glaub ich der uns von hinten erwischt hat ach komm von unten da dürfte es doch easy sein ja alter ja alter das war mal Junge kommt da nach einer das war ziemlich knapp muss ich ehrlich sagen das hätte ich nicht gedacht gut gespielt okay vielleicht sind wir wieder voll gewackt ja jetzt können wir eigentlich angreifen ah das ist schon wieder der krasse ja genau was hat denn der für eine Reichweite what oh der kann ja übel mit der Agge umgehen alter das ist krass okay das hab ich noch nie gesehen so gut egal wir werden ihn noch ein bisschen aufhalten ja jetzt bin ich dort alter what the fuck okay 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 egal wir können auch alles schaffen okay da ist ein Noob ah perfekt bessere Boots das beste was wir bekommen konnten war das eigentlich sehr geil sehr geil WK202 hat noch ziemlich viele Lives ist nicht so gut okay mal gucken ob wir hier einen finden oh BK der Pro eigentlich so der will sich doch gleich umdrehen und mich racken oder ich glaub schon dran ja da kommt noch der andere unfair dann ja Team alter scheiß Team du Wichser genau kein Wunder dass der lol was für Team yo ja danke fürs Zuschauen ich weiß nicht ob die wirklich geteamt haben oder ob die einfach gefokust haben das war das war einfach schlecht alter aber das war so bad aber ich bin froh dass BK 2002 gewinnt Darknacht war ich scheiße der Wichser hat mich einfach so genommen WK siehst du das ist doch ein Team ja ja ist ein Team Spastis ja tatsächlich geil ja mein lieben Freunde das ist einfach dreist sowas das ist einfach so dumm die Wichser ja danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal Das ist alles D